Ein herzliches Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Let's Play Together Starforge mit dem Sniper Wir haben ja gesagt in der letzten Folge, dass wir warten bis zum Abend Und wir ja noch von diesen größeren Würmern Sachen brauchen Da unten geht es schon heiß zur Sache Dafür, dass keine eben hier waren, ist ja alles voll Aber die töten uns die anderen kleinen Viecher Ja, ja Ich loote das jetzt mal, bevor wieder einer kommt Und am besten die killen wir jetzt alle mal so ein bisschen Hier, hier, hier hat einer gespawnt Ich tu bist weg, gerade ich, hier rechts Ja, warte, ich sehne Wird weg Du, du mal und ich guck mal, dass wir keiner kommt Oh, guck mal hin, das wie die abgehen hier, die verflügt Das sind drei Stück, ne, da geh ich nicht hin Ja, oh ja, komm, komm Ach, hier, hallo! Oh, loote du, ich guck Ja Äh, halt auch nix Außer Fiebris und hier, äh Essen irgendwie hat er gemacht Ich schieße jetzt einfach mal von hier in der Hoffnung, ich treffe was von den Viechern Ich renne den Viech da ja, ne, du triffst leicht rechts davon Also zwei sind tot Oder? Machen wir doch drei draus Wenn es Wochenende, so Ähm, Rezepte, was haben wir hier? Iron Stairs und Iron Door, kann ich schon Also jede zwei Rezepte kannst du dir aufheben Äh, vor Large Medikit, hab ich das jetzt grad richtig gelesen? Konsole War wieder War wieder zu schnell, äh Ja, hast du ja da im Inventar, oh, hier ist übrigens noch einer Oh, oh Warte mal, hier sind noch Rezepte, äh Wo bist du? Ah, ja Ah, der ist grad Ja, ich hab dir jetzt Rezepte drin gelassen Okay Egal, ich sag mal, das kann man nachher aufteilen Pistol Blueprint Iron Door Find ich noch nicht Iron Stairs, hab ich auch noch nicht Okay Äh, du bist jetzt wo? Ach ja Ähm, ja, ich würd sagen, äh Wir wollten uns ja auch eine eigene Hütte bauen Mit mehr Platz Ja, ja Weil da können wir uns auch einen schönen Holzboden machen Weil wir können nirgendwo diese Kisten hinstellen Weil das alles so uneben ist Ja Äh, dafür brauchen wir Oh, hallo, Wurm Wolltest du uns besuchen? Hallo Und tschüss Oh Ja, genau, das machen wir Oh, hier rechts schon wieder einer gespawnt Äh Da kommt auch Ja Jetzt nicht mehr Okay Die hat so unterwegs einen Schwächeanfall So, ähm, werde ich sagen Hoover, Hoover-Ship Na, das ist doch gut Dann kann man so ein Boot, so ein Hoover-Ship bauen Habe ich aber auch schon So, Holz brauchen wir Holz, Holz, Holz Holz Hallo Baum Ach, schon wieder hier so Oh, oh Pistole Was, wo? Kommst du klar? Ja, weiß ich auch noch, Richtung Lager Also Richtung Base Ja, weil ich bin hier noch am Baum abbauen Ich hoffe, du kommst klar Ja Ja, hab ne So Hält da auch ein Halt Und wir brauchen immer noch ein paar Ingots Ähm, dass wir uns das Terminal da bauen können Dass wir bessere Bohrer, Waffen und so herstellen können Ja Schuhe und so Ja, machen wir auf jeden Fall Aber ich finde die Animation, muss ich sagen, hier mit dem Baum, das finde ich cool Wie der umfällt und in Stücke zerspringt Ja, das haben sie nicht schlecht gemacht Oh, was der wegrollt, wenn du anbohrst Ja Da ist noch ein Bäumchen, das nehme ich noch mit So, es sollte gleich umfallen Sonst hat du nicht umfällst Haha Aber hier nicht, oh, da trifft mich gleich So Also ich bin hier an einem Baum geraten, die sind hartnäckiger, wo ich gerade dran stehe Ah, okay Oh, oh Ja, ausgerechnet hier muss dann so ein Vieh lang kommen, was gerade ein anderes Vieh jagt Äh Immer, wenn man was zu tun hat So lange es mich nicht jagt, noch nicht Ich baller es mal ab, Vorsicht, selber Wow, 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 wow Das Ding hat mich gleich tot Wo bist du denn? Huch, zu spät, schon tot Was, du bist tot? Nee, nicht ich Achso, ich würde gerade sagen Ich muss mir jetzt gerade mal so ein paar Spritzen einjagen Alter, Junkie Naja So, ich war am, ähm, Holz sammeln Ja, ich bin auch noch hier, ähm, ich werde halt mal noch ein oder zwei Bäume fällen Also ich bin hinter dem Berg Auf der anderen Seite Achso, ich bin unten beim roten Strahl so ein bisschen da Oh Oh Nur merken, falls du stirbst, wo du stirbst, dass wir das Zeug wiederholen können Konnte dir leider nicht sehen, aber bei uns hat ein Wurm angeklopft heute Nacht Und, äh, ich muss natürlich die Tür aufmachen und das Vieh anballern Hab gar nicht gemerkt Was auf einmal irgendeiner tot in der Ecke lag Und nichtsdestotrotz, als er dann wieder gespawnt ist, war er wieder dort Und wir haben festgestellt, die Container werden fallen gelassen Man kann sich sein Zeug wiederholen Das ist wieder was, was wir gelernt haben Genau Ja, wie gesagt, wir sind halt absolute Neulinge noch auf dem Gebiet Äh, wir können jetzt einfach nur unseren Plan machen Laut den Rezepten, was man hier brauchen könnte Ja, ich denke, anders kann man jetzt wo gehen Ja, ich meine, falls wir hier irgendwas grundsätzlich falsch machen Oder ihr wisst es besser, äh, einfach ab in die Kommentare damit Würden wir uns sehr drüber freuen und ein bisschen Hilfe Ich glaube, wir stellen uns teilweise echt dämlich an Ja, stimmt So, ich mach dann jetzt mal schon mal ein paar Oh, 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 ich kann ja 86 Blöcke machen Ich komme Damit gibt es ein schönes Fundament Schön gerade ist Und dann können wir hier so anbauen Ich mach jetzt mal 52 Dauert auch 52 Sekunden Ah, ich schmeiße dir dann noch ein bisschen Holz hin Dann kannst du dann noch weitermachen So Ich muss jetzt erstmal gucken, dass man das hier irgendwie setzen kann Weil, dass wir hier so eine schöne Plattform haben Aber wenn nicht, setze ich das halt so Und dann, ähm, gehen wir halt hier so drauf Ja Oh, das war ja klar Das war ja so klar Ich bin wieder verbaut, aber Mann, daun du Scheiße Aber ich hab ja gesehen, man kann das ja mit dem Bohrer wegmachen Dauert zwar ein bisschen, aber Okay Pop, du Meister Jo, wir schaffen das So, ähm, so, der Rest ist auch schon fertig Dann baue ich mal hier so weiter an Weil das sieht, kriegen wir dann die Tür hier noch auf? Ja, egal Ich baue jetzt einfach mal hier so bunter, lustig weiter an Links, links noch Holz hingelegt Ähm, gerade schlecht Ähm, kö, dann nehme ich das halt wieder Ähm, das hast du gecraftet, wie hast du das gecraftet dann? Äh, du gehst einfach auf den Holzblock Also auf die Schlecke Ach, hier, Woodblock und dann geht das her Wie Munition halt, so, ganz normal so So, es sieht ja schon mal anständiger aus Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen breiter Und, äh Ach Ne, halt, stop Ich habe falsch Ich habe den ganz rechten Block, wo ich crafte, aber wir brauchen ja den ersten, da reicht Dann habe ich noch wieder falsch gebaut Ja, 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 also das Bauen ist hier nicht so der Hit Aber ich kann ein Fundament, äh, hier unten drunter bauen So, teilweise Okay Dann hoffe ich doch mal, dass die Konstruktion dann ein bisschen stabiler wird Ah, da hinten ist noch ein Wurm Weiter weg So, ich hoffe jetzt mal Wo ich jetzt, ist einer hier Ach ja, die Fisch Nicht nur ein Falschgesetz, das wäre ja auch zu langweilig gewesen So, äh, wie sieht das aus von der Größe? Langt ihr das oder sollen wir noch ein Stück größer machen? Ja, wir können ruhig noch ein Stück, oder? Ich habe jetzt auch nochmal Blöcke gemacht, also ist gleich fertig Erstmal die Falschgesetze nicht wegmachen und dann Ja Aber wenn du noch Holz hast, kannst du ja schon mal eine Tür machen Äh, ne, ich hab die gerade alle im Glück jetzt gemacht So, obwohl, würde ich sagen, äh, wir setzen hier einfach jetzt mal Ach, das geht gar nicht, ich kann ja gar keinen dran setzen Da kann ich so einen dran setzen Aber Hier sind noch Blöcke hier in der Mitte So Aber ich kann hier kein Irgendwie Geht das nicht da einen hinzusetzen Da kommt schon wieder ein Wurm Ja, ja, hab ich schon gesehen Hinter dir so ein bisschen liegen noch Hölzer, also Blöcke Ja, ich nehme jetzt den Wurm Ja Bürmchen Also du sagst, ja gut, ich weiß nicht, ob größer, in dem Falle besser ist Ich meine Das würde so ausreichend sein Von der Größe her Ja Da will nix mit mir zu tun haben, der Wurm Der greift sich schon wieder den Nächsten Was ist das denn jetzt? Der wird schon wissen, warum Der weiß Der weiß, wenn die kommen Keh stiften Ne, 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 also Ach, das geht wahrscheinlich nicht wegen der Tür, dass ich da hinten Deswegen kann ich wahrscheinlich nicht anbauen Wegen der Türe Und dann klopfen wir mal die Türe raus Dann haben wir ja wieder eine, oder? Rein theoretisch Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt Ah, schon wieder ein Wurm hinter dir Pass auf, so bitte rechtsroter Strahl Ja, ich mache jetzt mal hier so Der kommt auch Aua Nicht sterben, wenn ja, merken wo Alles an der B ist hier gerade gewesen So Machen wir den Kollege auch wieder So Ach, wie hoch ist denn das jetzt? Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo Wo hier noch hochkommt Ja Ich bin mal langsam Bin noch dran Alles gut Oh, ich bin oben Weil So, da noch ein Fundament Da noch ein Fundament Ach Jetzt baue ich hier noch ein Blöckchen dran Ach, der Wurm Da klettert ihr ein bisschen auf den Berg rum Bei uns, na schön So Ein kleiner Eingangsbereich Ja Dass wir da besser reinkommen Genau Da oben machen wir halt die Türe Upsa Mir überhaupt noch die Türe hier drin, ne? Ja Ich habe es noch nicht rausgemacht, weil ich hier noch am rumwerteln bin Wow, wow, wow Leider ist unsere Aufnahmezeit eh gleich schon wieder vorbei Ja, so in zwei Minuten Ach, hier kann man ja auch noch rein, ja Das könnte man rein theoretisch zumachen, oder? Wollt ihr auflassen? Was denn? Hier die Seite, willst du da ne Tür, oder was? Das wollte ich dann zumachen, aber es ging halt nicht wegen der Türe Ja Deswegen kann ich da nicht zumachen Da muss man erst die Tür rausbomben, kloppen, wie auch immer Nur ich will jetzt gern irgendwie aufs Dach hoch, aber der lässt mich nicht Jetzt aber Weil ich muss hier oben ja auch noch zumachen Sonst kriegen wir von oben Besuch Das wäre auch schlecht Ah ja, hier links haben wir jetzt ein Wurm Und zwei Wurmen, ja Da kriech ich grad hinter unserem Haus lang Und da kommt Hallöchen Ja, ich hab dich auch lieb Wande Ah, die können's nicht erwarten, ne Aufzugehen Ich hab keine Ahnung Was die immer wollen hier So, jetzt ist oben soweit zu Bis auf genau hier noch Und dann ist unser Dach fertig Ich hab auch keinen Block mehr Das hat irgendwie genau gepasst jetzt Okay Super Jetzt brauchen wir aber noch einen Block hierfür Und die Türe muss noch raus Wie's weitergeht Ob wir's geschafft haben Ob wir wieder unsere Hosen verlieren Und sonstiges seht ihr dann in der nächsten Folge Bis dahin Ich wünsche euch Alles Gute, bis dann Ciao Tschüss